ich wollte den multi-twitch da ich habe schon auf a gedrückt weil die multi-twitch ding ist doch ändern den command so kopieren wir haben wieder und ich hatte beim boot nämlich auch ein entsprechender befehl da ist gar keine musik mehr bei dem spiel das ist echt schreck die kürmüh noch so nicht so gott bei den top tierern ist das nur per woche kannst du einstellen per woche per monat oder für immer wie du willst das ist wohl was von meinem haus oder was wo stelle ich das denn ein in dein dashboard glaube ich oder sowas kann man das umstellen was man da haben möchte weil ich finde ich finde ich ja schon ein bisschen albern finde ich auch sind überhaupt nicht arrogant heute wo stelle ich das einstieg ich bin ich schon draußen das ganze mit dem tieren auch direkt einstellen was lege ich jetzt noch ein wir haben hier noch so die wir nicht gesehen haben pro monat mama pro monat seit beginn kommen jetzt steht ja fast nie jemand so okay was wollte ich ursprünglich machen denn multitwitch geht es aber nicht per monat naja egal nee das musst du noch irgendwie speichern oder sowas normalerweise da gab es kein speicher button sagst du jetzt da die und jetzt hin der multitwitch list klar noch einfach neu verkaufen noch ein paar fische ich hab ihn dir bei disco immer noch geschickt ne ja ja da kannst du mal wieder nachschauen äh das da muss hier rein ich bin verwirrt übrigens muss wieder in unser system reinkommen unser inventar system er kennt das switch eigentlich an das entsprechende zuschauer da ja du kannst du bist dann auch eingeloggt bei twitch und kannst du beide chats ziemlich einfach reinschreiben cool das geht schon ja du siehst auch dann bei den bei deinem dashboard woher die zuschauer kommen dass die über multitwitch kommen es tut mir leid leute dass heute so wenig gespielt wird irgendwie bin ich nicht ganz ich laufe hier rum und spiel für sie also kommt einfach zu mir das passt schon genau wir haben ja schon riesen eier hier ok jetzt müsste es eigentlich gehen ich glaube meine geht auch wenn meine nicht geht müsste mir jetzt jemand schreiben add command welches command add multitwitch ist irgendwie seltsam weil ich die eine hälfte von kommandos habe ich über über den steam bot laufen und die andere über mu bot weil mu bot keine äh steam bot keine timer zumindest habe ich sie nicht gefunden stein bot mu bot naja was ist denn der andere du sagst der eine hälfte über stein bot der andere hälfte über mu bot der streamlabs chat bot entschuldigung was ist denn stein bot hä ok er macht nix multitwitch da macht er nix ach so ich stimmt ich darf ja nicht in im äh im streamlabs schreiben weil da erkennt er das nicht an warum auch immer multitwitch könnt ihr als böse sachen sagen wieder aber ich lasse es mal ne ok es geht auch gar nicht das werde ich hier gar nicht oh vielleicht weil ich es falsch geschrieben habe ok jetzt muss ich doch sagen frauen und technik äh da steht es bei bestimmten multi hier herr bürgermeister danke das ist großartig ich hab da mal ein bisschen marmelade verschenkt beschaffe eine fuhre von kartoffeln haben wir noch kartoffeln ich muss den typen was ist denn das für kompapiers ist abigail da hallo abigail ne abigail ist anscheinend nicht da natürlich schade ich wollte abigail eigentlich was schenken ich kann den multitwitch namen nicht mehr ändern ich muss einen neuen machen ist das euer ernst wie wäre es denn einfach aus als ob du ein multi geschrieben hättest verschütteln 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 ich mir hinterher sagen was ich besser machen kann das ist auch nicht in ordnung finde ich schon du könntest einfach mehr auf twitch rumtreiben dann wüsstest du das ausrufezeichen multi der standardbefehl ist dafür so lange bin ich noch nicht auf twitch das weißt du ganz genau deswegen sage ich ja du hättest einfach nicht mehr auf twitch rumtreiben müssen ich treibe mich ja mittlerweile schon extrem viel auf twitch rum ich habe viel zu wenig zeit für normale sachen du musst die ronja räubertochter von twitch werden schön dass da jetzt nur der link steht dabei habe ich eigentlich einen text eingegeben irgendwann töte ich heute noch jemanden zum glück spiel unter studio valley da wird es schwierig ich kann doch so kühe nicht mehr füttern und dann verrecken sie qualvoll und mit so einer sadistin soll ich hier spielen ja so ein schönes friedvolles spiel wie studio valley hallo hast du dir heute ein geschenk gegeben ich habe es direkt doppeldrückt das ist ein wirklich nettes geschenk danke dir jetzt läuft es aber fertig bringe wildpflanzengebiet du weißt wo man suchen muss dann habe ich halt pech gehabt jetzt keine lust mehr ich mich da weiter zum zu übernicht hast du die tiere jetzt schon gemacht nö das ist deine aufgabe kannst du nicht die diese mayonaise dinger so nebeneinander oh du hast keinen platz weil felix haus im weg ist gell so ungefähr nörgeln 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 bumi hat heute nörgeln und wer die ganzen eier weggenommen ach ne da hinten sind sie ok entschuldigung ich gehe es mal in ahornsirup hinbringen mhm ahornsirup oh nein 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 wir machen das gatter wieder zu ich weiß aber auch gar nicht warum die in dem gatter sein müssen fressen die dann uns die die anderen sachen weg dieser geruch komm nö tatsächlich den bär gibt es bei dir auch nochmal mhm ist das süß ich habe nicht jeden tag die gelegenheit mit einem menschen zu sprechen sieht so aus als hättest du etwas wald magie in dir moin sift also dann zu meiner notiz hast du es mir mitgebracht hallo und tschüss quasi oh dieser duft das riecht so süß es ist meine lieblingssoße die macht mich sehr glücklich du hast heute einen neuen freund gewonnen hm ist das süß ich habe etwas besonderes das ich dir zeigen wollte der bär hat dir besonderes wissen vermittelt lachsbären und brombeeren sind dreimal so viel gold wert sehr schön ja bei mir auch so ich glaube ich immer das gleiche tatsächlich ich danke dir fürs testen das funktioniert jetzt ich habe dich ganz liebevoller als meine bessere männliche hälfte betitelt ist das nicht toll dabei bist du weder besonders männlich noch meine bessere hälfte ich hoffe du meinst og jetzt ja genau ich meine og ja ich fühle mich davon nicht angesprochen bei der beschreibung mhm klar so ähm oh das brauche ich nicht guck mal wie viel kostet dann das schwert wir müssen sparen ich brauche dringend ein besseres schwert und ich werde es auch nicht ich hatte ja mit stimmt ich habe ja mit dings eine wette laufen mit felix mit felix ja was für eine wette denn was wenn ich mir das geile schwert kaufe dass ich das in den nächsten zwei streams nicht verliere ja das ist doch irgendwie so ein 20.000 goldschwert oder 25.000 ja das wird wohl noch eine weile dauern meine liebe ja wenn ich das dann habe die zwei streams danach darf ich es nicht verlieren und dann kriege ich von ihm ein bier geschickt obwohl ich eigentlich gar kein bier trinke aber aber letztes mal hast du doch gesagt der link geht nicht og was letztes mal hast du gesagt du hättest lust auf ein bier gehabt ja manchmal habe ich auch lust auf ein bier aber eigentlich echt selten und meistens trinke ich dann alkoholfreies und dann noch mit cola gepanscht das lustige ist felix hat ungefähr bisher 27 war selber nie bier getrunken weil das nicht lecker fand und inzwischen trinkt er regelmäßig bier das ist halt also og sagt dein links sei temporary not available meiner dann ist ja nur kopiert dann ist multi twitch tv kaputt dann muss man einen anderen zu überlegen machen dann tut es mir leid og dann geht das gerade nicht ich glaube ich müsste man über multistream am nochmal einstellen ähm weil multi twitch genau glaube ist ja kaputt irgendwie seit längerer zeit tatsächlich ich habe keine ahnung was es sonst noch gibt ähm was machst du denn dabei haben eh keinen Dünger na und ich kann dann trotzdem was anpflanzen scheiß auf diesen blöden Dünger du mit dem Minmaxen immer na gut Minmaxen ist es halt auch nicht wenn man gar nichts anpflanzt du hast ja recht ich helfe dir ich habe halt noch Energie aktuell und ich mache es eigentlich für morgen ich würde dann morgen die pflanzen machen weil dann ist ja schon gegossen und so ja aber manchmal verschwinden dann Sachen die man schon erstellt hat ja aber nicht so viel komm wenn wir noch Zeit dann kann ich ja pflanzen während du die Kartoffeln habe ich aber in meinem Inventar ja aber ich habe noch Pulpen ein paar Bohnen und einen Grünkohl so und da oben ist ja sogar noch gegossen dann sollte man vielleicht auch das wo gegossen ist nutzen das kannst du gerne machen oh hier ist noch die Maus Hilfe 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 Only Danke danke Es fehlt kurz auf das ist ja eins nein ein Sprinkler fehlt hier bei uns hier ein Sprinkler Was für die Sprinkler fand ich vielleicht günstiger qualify ist occupat gegangen keine ahn was noch mit das Das kann auch sein dass sie Irgendjemand hat ja meine Konstruktion da kaputt gemacht und hat dann irgendwie umgebaut. Irgendwas ist neu. Ist ja auch egal. Hast du eigentlich beim Schmied noch irgendwas abgegeben gehabt? Nee. Ich glaube, das habe ich mittlerweile schon geholt. Boah, was? Nimmst du da eigentlich zum Anbauen? Haben wir jetzt Monokontur hier oder was? Ja. Ich hole dich ein. Ich hole dich ein. Lauf schneller. Logisch. Ich brauche hier eine Animation des Wassers. Da muss ich abwarten. Ups. Und dann vergieße ich mich auch noch, wenn ich hier so gestresst werde. Haben wir keine Zeit mehr. Kein Wasser mehr. Das ist eher das Problem. Das ist schon nur eins, gell. Das ist schon nur eins, gell. Das ist schon nur eins, ja. Das ist spannend. Kein Stress verbreiten, ja. Keine Panik auf die Titanic. Wasser ist für alle da. Heute haben wir alles gepflanzt, was wir haben. Und zwar, dass die ersten Samen kommen, damit wir weitermachen können. Oh, einmal Dünger habe ich sogar noch. Ich geh da mal schlafen. Hey, BG habe ich auch nicht getroffen. Schade. Ach, diese blöde Wand aus Bohnen. Sobst du sie echt jeden Tag zu treffen? Ja, die Wand aus Bohnen war wirklich nicht so schlaustig. Aber da habe ich die Wege gebaut, ja. Die ich schon wieder umgewegt habe. So, dann gucke ich jetzt noch mal kurz wegen Multi-Twitch-Gedingens-Bummens. Multi-Twitch. Lurker-TV gibt es zum Beispiel auch. Ne, Multistreamer. Lurker-TV? Ja, genau. Da kannst du 20 Kanäle auf einmal lurken, oder was? Lumida-Z. Oh, da habe ich wusste gar da hin. Immer noch. Allein. Die Leute sprechen das Z übrigens echt mit aus. Das ist voll doof. Immer wenn ich bei Leuten neu bin auf dem Kanal. So, der scheint zu funktionieren. Hier, dann nehmen wir den da. Und ich schicke ihn dir auch nochmal, damit du den bei dem reinnehmen kannst. Okay. Wieder 3000 gemacht hier. Die Mayonnaise macht's. Verkaufst du die? Ich habe heute mal 10 mal Mayonnaise verkauft. Ja, alles okay. Habe ich mir gedacht, das können wir uns leisten. Morgen würde es den ganzen Tag regnen. Komm zurück bei Oracle. Die Geißen heute höchst unzufrieden. Du machst die Tiere, also kümmere ich mich. Ich mutliebe. Ich kann heute mit mir tippen. Was mache ich? Die Tiere, ja. Du musst übrigens heute auch was ernten, ne? Wieso muss ich denn heute auch was ernten? Ja, die Pastinaken werde ich nicht anfassen. Jetzt sind die schon fertig. Die Pastinaken, zumindest die so aus, wie sie fertig sind. Oh, wie schön, Pastinaken. Wenn wir Pastinaken, oh Gott, wir hatten schon so lange keine Pastinaken mehr, ist das nicht herrlich. Pastinaken, ganz viele Pastinaken. Und jetzt, was wir damit machen, Pastinaken, Samen, um noch mehr Pastinaken zu machen. Ich krieg dir gleich Samen. Pastinaken. Na, die Goldpastinaken möchte ich eigentlich nicht so saatgut verarbeiten. Das kann man super gut verkaufen. Aber da unten gibt's auch ein paar normale. Die anderen sind ja von diesem extra geilen Dünger. Deswegen sind die auch schon fertig, ne? Ne, ne, der ist nicht beschleunigend, der verbessert nur. Ist ihr sicher, dass wir nicht Beschleunigungsdünger da reingepackt haben? Die Pastinaken gehen unglaublich schnell. Ich glaub, die brauchen nur fünf oder sechs Tage oder so. Fünf Tage offensichtlich, ja. Soviel dazu. Pastinaken. Ich mach Kartoffeln. Ich mach noch mehr Pastinaken. So, aber die Goldene verkaufe ich. Ich hab die Silberne. Wie viel kriegt man denn für eine Silberne? Und was kostet, ähm, kostet ein Mal Saatbrot? Frag mich doch sowas nicht. Dann guck ich mal gleich mal nach. Wir müssen doch Win-Maxen. Win-Maxen oder Min-Maxen? Win-Maxen. Also ich kenn nur Min-Maxen. Win-Maxen? Ja. Knoblauch haben wir auch. Jede Menge. Win-Maxen. Im Sinne von Gewinn-Maximierung. Jede Menge Knoblauch haben wir hier. Hast du eigentlich, während du twitchst, ein Bot offen, um zu sehen, wer zuschaut? Nö. Du lässt die Lurker lurken. Ja. Ja gut, das mach ich ja eh, aber, ja gut. Ich versuch mein Verhalten halt nicht davon abhängig zu machen, ob jemand zuschaut oder nicht, sondern immer so zu mich zu verhalten, also ob jemand zuschauen würde und ich unterhalten will. Weil sonst schaltet halt jemand ein, du siehst sowieso nicht sofort, dass er jetzt eingeschalten hat. Und der schalt direkt wieder aus, weil passiert ja nichts. Nee, so mach ich das ja. Ja, so war's nicht gemeint, es war nur einfach, einfach Interesse halber, weil bei mir jetzt, ich benutze ja jetzt Streamlabs, weil ja bei mir der Twitch, wenn ich, der Twitch-Chat ab und an abschmiert, warum auch immer. Und dann seh ich auch sogar, wer lurkt. Ähm, aber mich nervt es tierisch, dass ich die ganze Zeit irgendwie so fünf oder sechs Bots angezeigt bekomme, die es halt gar nicht gibt. Irgendwie, die würd ich gerne rausstreichen, ich weiß aber nicht wie. Ben, vergiss nicht, dich gesund zu ernähren oder du wirst nicht genug Energie für deine Arbeit haben. Ich werfe eins mein Lieblingsrezept dazu. Benutze auf jeden Fall reife Tomaten. Luis, neues Kochrezept Spaghetti. Ganz gesund. Also 517 geteilt durch 20. Gesundheit. Danke. 20 sind 25, sind 25, sind 25, irgendwas. Also wir kriegen 25 pro silberne Pastinake. Soll ich Goldknoblauch verkaufen? Ja, ne? Ja, Gold, Gold, immer weg. Hau weg die Scheiße. So. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Pastinaken wir jetzt geerntet haben. Hat ich 50 von jedem gemacht? Oder mehr? Frag mich doch nicht. Ich komm jetzt hier und lass nochmal mit 40 Samen nach Hause. Hallo, Papa, Deppner. Ich denke, du hast Pastinaken zum Samenmachen genommen. Den verstehe ich jetzt nicht. Wir hatten nur ein paar normale. Die goldenen habe ich sofort verkauft, weil das macht keinen Sinn, die zum Saatgut zu verarbeiten. Die sind aber auch zu Saatgut, gerade der Knoblauch. Ich wollte nicht unterstellen, Deadman, dass du ein Bot bist. So war es nicht gemeint. Das war mehr so auf die normalen. Doch, doch. Genauso war es gemeint. Deadman, du bist eindeutig ein Bot. Ich habe sie gerade gesagt. Danke, Ben. Fall mir richtig schön in den Rücken. Wenn ich nett sein möchte zu meinen Zuschauern, fall mir in den Rücken. Du bist dich nett. Sei doch mal ehrlich. Ich bin immer nett. Jetzt geht der Multistream. Ja, jedenfalls, Deadman schön, dass du hier bist. Und viel Spaß nachher bei uns selber zocken. Und hör nicht auf, Ben. Ich bin immer nett. Loomis nur nett, wenn du ihr Geld gibst, ja. Weißt du, dass du mit solchen Aussagen tatsächlich die Twitch-Karriere von jemandem absolut ruinieren kannst? Es gibt nichts Schlimmeres als einen Twitcher oder YouTuber, der tatsächlich Geld möchte. Aber du willst doch Geld, oder nicht? Ich habe nie gesagt, dass ich Geld möchte. Ich habe nur gesagt, dass ich nichts dagegen habe, wenn ich Geld kriege. Das ist ja die gleiche Aussage. Im Gegensatz zu mir, ja, hast du ein Spenden-Goal bei dir. Ja, und? Ein Donate-Goal. Und bei dir muss man Treuepunkte bezahlen, wenn man Sounds abspielen will. Bei mir ist fast alles gratis. Ja? Gratis oder umsonst? Gratis, aber nicht umsonst. So. So sieht es nämlich aus. Ja, von uns beiden bist du derjenige, der da viel mehr auf... Tatsächlich wollte ich nur nicht, dass random Leute mir Sachen rein dollern von den Sounds. Von den Sounds? Ja. Ach komm. Also mehr Halleluja als von mir kriegst du nicht. Das stimmt. Es wird sehr selten benutzt. Warum? Lustigerweise. Vielleicht klau ich sie. Ey, das ist mein Halleluja. Das habe ich sogar wirklich selber zurechtgeschnitten. Das wird schwierig zu klauen. Das gibt es nicht so einfach irgendwo fertig. Wo ist denn das Problem? Du nimmst einfach die normale Sounddatei und schneidest das zurecht? Hast du das, Halleluja? Übrigens, hast du die Tiere gemacht heute? Ne, ne? Ja. 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 Weil die Mayonnaise sind mich auch nicht abgeholt und der Käse. Ja. Hast bestimmt die Tiere gemacht, glaube ich. Die Tiere habe ich gemacht, so. Ja. Ja. Stimmt. Ich laufe hier nur zufällig lang. Ich hole auch nur ganz zufällig. Ja, ja. Ich bin hier raus. Aber hat auch noch gesagt, die Tiere sind deine Sache. Hm, okay. Nein, nein, Uchi kein richtiges Geld, sondern Treuepunkte. So wie bei mir das Lumi Fail Salat kostet. Genau. Das, was bei Lumi Salat ist und bei mir Pulsschläge. Genau. Die Treuepunkte einfach. Und der Unterschied ist, dass man bei mir eigentlich alle Sachen ohne Treuepunkte bekommt, außer eben das Lumi Fail, weil ich das nicht total random gespammt haben möchte den ganzen Tag. Aber ich finde schon wichtig, dass man das random gespammt eigentlich. Also, ich habe davon abgelehnt, dass es echt nicht treuer ist. Also, wenn man bei mir länger als eine Stunde ist, dann kann man... Wieso ist denn die Zierlauchsaat bei den Tieren mit drin? Was hast du getan? Und warum ist hier Maissaft und... Hä? Was hast du denn momentan gemacht? Lass es einfach liegen. Ich hatte keinen Platz mehr und... Oh Gott, diese Frau, ey. Ich wollte es hinterher wieder aufnehmen und ich habe es vergessen. Wahrscheinlich, weil du mir irgendwas erzählt hast und ich abgelenkt war. Ja, ich? Ja. Ich bin jetzt dafür, wenn du dein Gehirn nicht beisammen hast. Jetzt... Jetzt hör mal auf. Lass den Scheiß einfach liegen. Ich hole ihn schon. Ist schon weg. Was machst du mit meinen Sachen? Den Saat zu Saat und den Rest einsortieren. Oh, okay. Meine Trägen. Ich schwere mich jetzt mal nicht. Beschwerst du ja schon wieder. Ich habe mich nicht beschwert. Ich habe es zurückgenommen. Du hast gesagt, nein, ich schwere mich jetzt mal nicht. Das ist ja bald durch beschwert. Ich habe es noch nicht gehört, wie ich klinge, wenn ich mich wirklich beschwere. Das stimmt. Weil ich dich selber mute. Nein, Lumifan wurde noch nicht gespamt. Das kostet aber auch Geld. Wer weiß, ob sich das ändern würde, wenn es kein Geld mehr kostet. So. Jawohl. Hier unten müssen wir jetzt versetzt machen. Gefällt dir das dann ästhetisch noch? Wo muss was irgendwie versetzt sein? Unten haben wir noch Sprengler? Können wir noch Sprengler herstellen? Machen wir überhaupt noch? Ne, ne, Sprengler machen muss ich nicht. Wir sollten die Barren aufheben für Iridium. Ja. Aber dann müssen wir in Iridium-Form gehen. Ich benutze mich, die Pastinaken zum hier vergehen, ne? Oder Saft herstellen, je nachdem, was da rauskommt. Ja, es ist in Ordnung. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich denke, du fasst sie nicht an. Ich habe sie vernichtet. Ich habe sie zu etwas Produktiverem umgemünzt. Wo hast du das? Boah, hast du hartgut haben mit der Umne-Extra-Truhe, gell? So war das. Jep. So, jetzt gehe ich mal gucken, ob ich noch mal Abigail traf. Oh ja, ich kann auch noch mal... Meitrauf, Frau! Abigail! Was mochte der denn noch außer Gefrorenen drehen? Äh, warte mal, es gab irgendwo was, wo das gespeichert wird, die... Nee. Hier bei der Sammlung kannst du dir, glaube ich, die geheimen Notizen angucken, die du schon hast. Ja, bei der Sammlung kannst du die geheimen Notizen ganz unten an das niedrigen angucken. Ach, wie geil. Ich habe mich nämlich schon geärgert, dass man das nicht kann. Habe ich letztens bei Diona gesehen, dass das so gespeichert wird. Einkaufsliste hier, was alle mögen. Hallo? Wie kann ich mir das angucken? Geht's auch in groß? Woher? Rain, Haley, Emily. Ich bin schon selber am gucken. Da haben wir nämlich... Da können wir das mit dem Marktplatz und so Kram noch machen. Sollen wir morgen auf Schatzsuche gehen? Oder wollen wir auf dem Felix warten? Wir können auch auf Schatzsuche gehen, ist das egal. Also beim Sebastian... Also ich habe nicht die Notiz für den, was alle mögen. Sams Einkaufsliste... Sam, ich, äh, hier steht... Das heißt, die Einkaufsliste ist Essen, was die mögen. Äh, Sam mag selber Kaktus, Ahorn, Riegel und Pizza. Ich will aber nicht Sam, ich will Sebastian. Ja. Sebastian steht nicht dabei. Man soll den kostenlos machen, aber das ist dann... Hat man denn überhaupt noch Bock, Salat zu verdienen, wenn man für Salat gar nichts kriegt? Also ob man ihn verdienen müsste, du kriegst es ja einfach so. Nee, du musst halt da sein. Manche Lörken vielleicht, um Salat zu kriegen, hä? Ja, eben. Wer Lumi-Fails machen kann? Nee, keine Ahnung. Ich sag mal so... Ich muss man davon sein Salat auch haben, oder freut man sich einfach nur darüber, dass man Salat hat? Ich sag mal so, ich bin bei dir 20 Minuten im Chat und kann halt ein Lumi-Fail-Clip machen einfach. Und das reicht ja. Jo, und? Ja, bei dir kann man alle 10 Minuten quasi den Fail raushauen. So viel Salat kann man eh nicht verdienen. Du meinst, man kriegt mehr Salat, als man Fails raushauen kann? Nee, andersrum. Man müsste mehr Fails raushauen bei deiner Spielweise, als man Salat kriegt. Hm. Wo ist denn Abigeld abends eigentlich? Soll ich noch andere Sachen machen, die... 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 die Geldkosten? Eigentlich so, Uchi plädiert ja gerade für eine Abschaffung, dass das... dass das Lumi-Fail-Up jetzt auch gratis ist. Nee, also ich verstehe schon, dass du sagst, du würdest das gerne mit Salat kosten machen. Alihado. Hallihallo. Hast du Abigeld gesehen da oben irgendwo? Nee, hast du Sebastian gesehen irgendwo? Wahrscheinlich beim Laufen, oder? Hm. Dabei Abigeld ist ja meistens oder häufig mal irgendwo alleine am rumdüdeln. Deswegen. Ich habe in Sebastions Zimmer einen Aschenbecher gefunden, der ziemlich merkwürdig gerochen hat. Sollte ich mir deswegen Sorgen machen. Ich zentiere sogar im Spiel zu meinen depressiven Kiffern. Wie wollen die mich verarschen? Jetzt mal ernsthaft. Da unten ist er auch, wenn wir schon dabei sind. Seufz. Wenn Benzin nicht so teuer wäre, würde ich mit meinem Motorrad heute in die Stadt fahren. Und was machst du, wenn du nicht arbeitest? Oh, er fragt mich mal, was er hat mich noch nie gefragt. Was machst du, wenn du nicht arbeitest? Lock weiter. Sehr geil. Er interessiert sich ja richtig für deine Antwort. Total romantisch. Also, vor allen Dingen, die Frage ist extrem gut und die Antwortmöglichkeiten sind noch besser. Ich habe die Wahl, was machst du, wenn du nicht arbeitest? Kommt als erste Antwortmöglichkeit, mehr arbeiten auf dem Hof. Ja. Geht's ernsthaft? Es gibt's Möglichkeiten. Comics, Einkaufen, Sport. Oh, das ist aber schwierig. Also, Einkaufen mag ich ja nicht so. Ich bin für Comics. Comics würde ich mehr lesen, wenn ich mehr Geld hätte. Sport mache ich auch. Du kannst ja auch online lesen. Aber Sport mag er bestimmt. Ich sage jetzt was, um ihm zu gefallen. Nein, ich sage nichts, um ihm zu gefallen. Das wäre albern. Du bist ja nie albern. Stimmt. Habe ich vergessen. Comics? Ja, doch, ich mag Comics schon. Aber Comics bin ich auch kein Fan. Das wäre irgendwie gelogen. Ich nehme mal Sport. Oh ja, nicht so wirklich meine Sache, aber jeder ist anders. Na gut. Er akzeptiert mich so, wie ich bin. Ja. So legst du das aus. Ja. Oti, ich werde drüber nachdenken. Ich werde drüber nachdenken. Sie würde es nicht machen, weil sie hat es vergessen, wenn du es in 20 Minuten nicht nochmal schreibst. Also, das ist nur ehrlich, ja? Ich rede nie wieder mit dir. Bist du nervig? Das ist aber schwierig im Let's Play, nicht miteinander zu reden. Das ist mir doch egal. Ich kann auch mit dem Spiel reden und rede einfach über dich hinweg. Du hast aber keine neue Manese gemacht. Warum machst du sowas? Weil ich dachte, du machst sie, weil du erklärt hast, es ist keine, es ist halt, die wurde schon geerntet. Nee, die wurde nicht geerntet. Ich habe sie dann rausgenommen. Genau, und dann habe ich gedacht, wenn du sie rausnimmst, kannst du ja auch wieder reinmachen. Ich gebe die gleich reinmachen. Ich habe nicht mehr die Eier drin. Die hast du irgendwo hin mitgenommen. Ja, die habe ich, aber es gibt noch genug andere Eier. Das sind noch genug. Ja, aber keine, die ich dafür benutzen will, weil das sind besondere Eier dann. Ah, diese Frau macht mich fertig. Und nicht in einem guten Option. Nicht auf eine gute Art und Weise. Erst mal schlafen gehen. Hast du was gesagt? Ich tippe gerade auf mein Handy rum. Ja, ja, schon klar. Könntest du vielleicht die Sachen erstmal irgendwie einlegen, anstatt die direkt zu verkaufen? Oder hast du jetzt nur goldene verkauft? Oder wirklich nur goldene Sachen verkauft? Ich habe nur goldene verkauft. Ja, dann vergiss es. Dann habe ich nichts gesagt. Die werden ja auch nicht besser dadurch, ne? Ja.